Lass ein Race machen! Geil, Alter! Rennen! Illegales Straßenrennen kommt den Titel ganz groß! Illegales Straßenrennen! Scheiße! Komm, komm! Scheiße, komm, Autos! Nein! Ich will schneller fahren, Mami! Ja, jetzt geht's ab, hier, Alter! Jetzt geht's ab! 30! 33! Ja, ich zieh dich voll ab! Oh, ich zieh den so brutal ab! Der hat keine Chance gegen mich! Scheiße, der hat mich gefickt, Alter! Der hat mich richtig geholt! Nein! Scheiße! Oh, ich fährt richtig schnell, Alter! 47! 48! Nein, nicht so fährt der vor mich, der Wixer, Mann! Hallo! Mann, Alter! Der bremst dich aus! Was geht bei dem? Eure Zeit ist so richtig langsam! Habe ich jetzt gewonnen? Ich habe schon gewonnen, oder? Der Wixer bremst dich einfach aus! Was soll denn das? Von einem Skoda Fabia wurde ich auch schon lange nicht mehr fertig gemacht! Ja, ich fahr einfach ohne Gas, so! Chill! Richtig das witzige Gefühl! Oh, ich werde immer schneller! Oh, da ist ein Blitzer! Das wäre auch geil, jetzt geblitzt zu werden, ohne Gang! Ich gebe ja gar kein Gas! Ja, und jetzt hier richtig in die Kurve! Schräglagen rein! Oh, ist das geil! Vor allem bin ich halt viel schneller als der, als der Zeit! Schau mal, wir fahren zu schnell! Scheiße! Ist es mir leid, ich gebe doch gar kein Gas! Ich mache doch gar nichts! Nein! Uh, 50! Da muss man ein bisschen runterbremsen! Alter, ist ja ein Blitzer! Da könnte man ja zu schnell werden! Ja! Geht schon ab hier! Oh, ist das witzig! Oh, man wird viel zu schnell! Ey, das ist gar nicht mehr so einfach, wie es vielleicht aussieht! Weil dadurch, dass man kein Gas hat, hat man auch überhaupt keine... Also das Moped ist so wackelig! Weil man hat überhaupt normalerweise... Hat man immer ein bisschen Schub oder... Oh, da ist mir voll was gegen das Auge geflogen! Aua! So, normalerweise hat man immer so ein bisschen Schub, ne? Ein bisschen halt Gas! Und dann wird man ja aus Kurven gerade gezogen und so! Das funktioniert ja jetzt gerade nicht! Hä, ich werde voll schnell 60, Alter! 61! Zlatty der Raser ohne Gas! Oh Mann, ist das behindert! Mann! Ich hätte nicht so gerne mit mir seid richtig gebettelt, aber dann hat der Typ mir das Gas abgestellt! Vor allem, ich gebe die ganze Zeit kein Gas! Wir fliegen wie umweltschonend, wie hier gerade es sind, ja? Und das, wo es Stuttgart so dringend nötig hat, ja? Hier mit der, äh, hier Dings, äh, ne? Luft, äh, Verschmutzung und so! Und wir hier! Gutes Vorbild! Ohne Gas! Ja, Herr Polizist! Äh, ich weiß nicht warum mein Motorrad so leise ist! Ich glaube das ist kaputt! Oh, und der hat Klebeband dahinter! Habe ich jetzt gewonnen! Das ist so ein komisches Gefühl! Habe ich jetzt gewonnen! Ja! Das ist die ganze Zeit ohne Gas! Ja, und das ist richtig witzig! Es dauert ein bisschen! Komm schon, komm schon! Es dauert ein bisschen, ein bisschen beschleunigen! Die Leute hinter uns, die packen das bestimmt voll ab, aber ich finde es witzig! Mir ist das egal! So, ja, komm, komm, komm! Euch geht die ganze Zeit sogar so ein bisschen Gas mit! Das ist richtig ungewohnt, einfach gar kein Gas zu geben! So, 52! Hier, komm! Ich mach mich ja klein! Ich, äh, überarbeite ich hier safe den Tacho und schreib irgendwie 190 hin oder so! Ah! Nein! 60! Ich bin zu schnell! Boah, jetzt Knie schleifen ohne Motor! Das wär geil! Schau mal wie schnell ich bin! Das ist ja kein Scheiß! Das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht! Oder was heißt nicht so einfach? Das ist total ungewohnt! Fuck, ein Taxi zieht mich ab! Traurig! So, wie kann ich nur so leben? Ach, ist das witzig! Ich glaube, ich gebe jetzt nie wieder Gas! So langsam hört's auf, schnell zu werden! Jetzt sind wir noch 35, jetzt 36! Das ist richtig Gas geben, Alter! Das ist so geil! Das ist so ultra gut! So eine minderte Idee hatte ich ja schon lange nicht mehr! Oh Mann, ist das witzig! Witzig! Ah! 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 Über die Kreuzung drüber! Schneller! Schneller, Mama! Ich habe einmal von irgendwo da oben bis hierhin immer noch kein Gas gegeben! Ach nein, ist die Ampel rot! Nein! Oh Mann! Ich wollte gerade die Kupplung ziehen, aber wusste ich ja gar nicht! Gewonnen! Wuhuu! Wie viel Wurzeit? Ich wurde über 60, ich muss die ganze Zeit bremsen! Was? Ja, die ganze Zeit! Ach, witzige Sache, Alter! Also das ist übrigens die Zeit langs ... ... und auf jeden Fall! Ich werde das anwesend machen! Und das ist viel, was ich mit ihm getroffen! Vielen Dank.